Hi Leute, willkommen zum heutigen Video. Heute dreht sich alles um die besten Rudergeräte. Ich zeige meine Empfehlungen und habe außerdem auch nach einem Rudergerätetest von der Stiftung Warentest gesucht. Direkte Info vorab, die Stiftung Warentest hat bisher noch keine Rudergeräte getestet, aber es gibt dort einen Beitrag, wo sie auf ihr Partnermagazin aus der Schweiz verweisen. Dieses nennt sich Gesundheitstipp.ch und diese Organisation testet ebenfalls Produkte und dort wurde ich fündig. Ihr erfahrt also auch, wie die Geräte in den echten Tests von Gesundheitstipp.ch abgeschlossen haben. Ich stelle im heutigen Beitrag Rudergeräte von Hammer, Domios und Concept2 vor. Schau dir das Video also bis ganz zum Ende an, um sicherzugehen, dass du auch das richtige Rudergerät für deine Anforderungen findest. Wir starten mit meiner ersten Produktempfehlung. Diese wurde auch beim Rudergerätetest von Gesundheitstipp getestet und hat es da mit einem anderen Gerät bis ganz nach vorne geschafft. Das andere Gerät nennt sich Ovic R100. Allerdings scheint dieses inzwischen nicht mehr hergestellt zu werden oder zumindest ist es in Deutschland nicht erhältlich. Doch dieses Gerät hier, das Hammer Profos 2, ist erhältlich und das ist auch ein richtig gutes Rudergerät. Es hat zehn voreingestellte Trainingsprogramme und arbeitet mit einer Schwungmasse von vier Kilogramm. Außerdem sind 16 verschiedene Widerstandsstufen einstellbar, also ideal sowohl für echte Anfänger als auch für Fortgeschrittene. Es arbeitet mit einem Rillenriemen-System mit dem Übersetzungsverhältnis 1 zu 8. Die aktuelle Trainingsleistung, wie zum Beispiel zurückgelegte Strecke oder Kalorien, können direkt am Display während des Trainings abgelesen werden. Alles in allem ein richtig gutes Rudergerät für zu Hause. Unter dem Video in der Videobeschreibung habe ich einen Link reingemacht, wo man dieses Produkt kaufen kann. Ein weiteres Rudergerät, das ich empfehlen kann, ist das Decathlon Domius 500B. Auch dieses wurde vom Schweizer Gesundheitstipp getestet und die Tester fanden raus, dass im Training das Rudergerät besonders leise ist. Einen kleinen negativen Punkt gab es auch. Teilweise ist die Bewegung wohl etwas unrund. Ich habe mir die Daten des Rudergeräts genau angeschaut und gleich fällt auf, dass hier kein Stromanschluss nötig ist, sondern dass es durch eigene Energie angetrieben wird, was schon mal sehr, sehr praktisch ist. Der Widerstand wird noch ein 6 Kilogramm magnetisches Schwungrad erzeugt. Und der Widerstand ist in 15 Stufen einstellbar. Am installierten Trainingscomputer sind 9 Programme hinterlegt und es werden verschiedene Daten während dem Training angezeigt, wie zum Beispiel Ruderschläge, Distanz, Kalorien, Herzschlag und so weiter. Es ist auch kompakt zusammenklappbar. Besonders interessant für Leute, die zu Hause nicht so viel Platz haben. Und wir kommen zu meiner dritten Empfehlung. Diese wollte ich hier auf jeden Fall mit drin haben. Dieses Gerät wurde zwar nicht getestet von Gesundheitstipp, aber ich habe persönlich sehr viel Erfahrung mit dem Gerät und ich kann es wirklich jedem nur ans Herz legen. Man findet dieses Gerät auch in sehr vielen Fitnessstudios und auch Crossfit-Boxen. Es ist so beliebt, dass es sogar Concept2-Router-Wettkämpfe gibt mit diesem Gerät. Das Besondere ist, es arbeitet mit einem Luftwiderstandssystem und es sind 10 verschiedene Stufen einstellbar. Der Trainingscomputer gibt die klassischen Trainingsdaten wieder, wie Zeit, Distanz, Kalorien und so weiter. Außerdem verfügt der Trainingscomputer über Bluetooth und Ant Plus, damit man auch andere Geräte koppeln kann, wie zum Beispiel sein Smartphone mit Fitness-Apps. oder einen Herzfrequenz-Sensor und so weiter. Für alle Personen, die richtig ernsthaft ins Rudertraining einsteigen wollen, kann ich dieses Gerät absolut empfehlen. Alle genannten Produkte habe ich unter dem Video in der Videobeschreibung verlinkt. Klickt einfach mal drauf, dann landet ihr bei einem Shop, wo man das Produkt kaufen kann. Man erfährt auch den aktuellen Preis und weitere Produktinfos. Noch ein wichtiger Hinweis, ich habe hier keine Absprachen mit irgendwelchen Herstellern getroffen. Das sind tatsächlich alles meine persönlichen Empfehlungen. Ich hoffe, das Video war hilfreich und hat bei eurer Kaufentscheidung weitergeholfen. Abonniert doch bitte meinen Kanal und bis bald.